wirkliches reliquia und da sind wir wieder zurück und die instanz ist abgeschlossen und ich habe wieder ein teil gekriegt für mein gewehr und damit wir sind aus anderen karten ja ich kann uns gleich zusammenkommen jetzt habe ich hoher sprung sehr schön ich kann sagen es bin ja hier ist aber eine tour ist was gehen wir jetzt soll erledigt ist es jetzt brauche ich so weiter kriegen wir jetzt jetzt müssen wir das nächste rechte bergen wir mal bekommen er soll jetzt recht fix aber das ist vielleicht auch das nächste ziel erst mal das ist dann meldet euch bei den spärenden elon fluss landen um eure suche nach beginn oder optional sprecht mit salambur bevor ihr in die elon fluss lande betretet wo stand denn der zelambur weil er nicht ganz am anfang nee der ist hier wahrsager fels glaube ich diesen beherrschungspunkt haben wir den schon jahre nene dann haben wir noch nicht da sagte oder auch da ist furchtbar ranzukommen kann es aber trotzdem probieren von hier kommt man da ungefähr gar nicht dran wo muss man dann dran sogar muss so recht hoch und da reicht auch ein kannickel sprung nicht nee im casino was gibt es denn noch verlang ich hatte um hoch zu gehen ist noch ein kawi handelsschlager die sind immer nur gut er aber noch massig schlüssel jetzt können wir die tun auch machen ja aber kommt ja nicht raus sogar wir haben das beträgt nun und um zu spüren von die geister sind am wald mit mir nichts auch gemein ist sein der die sich zu führen nach die Kruppen wir haben uns so um Stiefen wenn ihr hier nach oben guckt, seht ihr hier diese Riesensäule. Moment, Moment. Wo bist du? Da bist du. Und da ganz oben drauf ist Einsicht in die Crystal-Dingens. Kannst du nicht hochfliegen? Du kannst nicht hochfliegen. Du kannst nicht die Höhe erhöhen. Mit dem Greifen. Kannst du nur die Höhe halten. Ich erkläre denn, welche hoch die von uns sind. Jaja, einfach gut aus, dass das alle. Trotzdem bist du nicht hoch genug. Wo sind die denn? Hier und hier bin ich nicht hoch genug. hast du den beherrschungspunkt schon oder auch noch nicht doch ich habe den bisschen hochgekommen back using ok es gibt du kannst dich mit dem hasen außerhalb der back backen können wir auch machen aber dann ist noch kurz mal man kommt hier ist es dann schwierig noch höher zu kommen ich glaube es geht auch gar nicht ich glaube nicht das kann nickel ja ist ein bisschen ekel daran gewöhnen ja vor allem wenn man nur kleine sprünge machen will ist das das ist ein portal da ist ein portal ganz nach oben ja ich könnte euch auch noch mal eins legen ja dann legt ein was ich habe dennoch nicht brauchst du denn so bist du denn wo bist du denn das ist mein portal hingelegt genau und da bin ich hoch und dann schauen wir trotzdem noch mal kurz ich glaube sind hochgekommen über die schlange ja auch der über die schlange hochgekommen ist weil sie nicht von der schlange könnte man aber eventuell und ich glaube ich bin auch über die einzelnen sollen gehopst beim ersten können also von dieser säule drauf dann geht ja ja die eine säule geht kommt man ja hin ich glaube da steht man besser so muss jetzt noch einer hier auf die erste solle kommt man auch ziemlich gut hin wie zumindest die hier hinten da kommt man eigentlich drauf und also auf so eine kleine also ich weiß wer das portal gelegt hat danke dir schädelisch hat Doris danke dir der vorteil gelegt das erste nun er hat mir noch mal eins vor sich zu haben und von da freut kann und von da freut kann ich noch umgestanden oder oder bis eben erst hoch ich komme gar nicht hin mit meinem auktor das war ein bisschen weit hattest du dann noch ein schade um tor ist oder begreift da unten hat im spiel geschrieben ich glaube ich zu dieser zwergküste er ist dann nicht wichtig ich habe die auch schon ich bin ich bin ich nicht so ein bisschen sowohl seid ihr denn jetzt ich lehre und auch nur unter die zum stückchen hoch um mal zu sehen wie man da anderweitig hätte hin kommen können ich bin ja neugierig sobald ich diese scheiß kannickel also man kann wenn man auf der map dann kann man hier außen ne hier außen hoch hüpfen und dann spricht man aber gegen eine wand aber irgendwann kommt man auch durch die wand durch und dann läuft man praktisch außerhalb der map einfach die oben bis zu dem loch und springt einfach drauf also da kann man rüberfliegen rüber gleiten eigentlich jaja einfach hier so jetzt bin ich auch bei den zwergenkuhl vorsichtshalber er hat da geparkt ach so alles klar schon da noch mal da sein zum da sein okay dann würde ich mich kurz noch zum warsager fels zumindest zurück porteln weil da sollte salambour stehen okay ganz am anfang wo wir hier reingekommen sind bis nur landig post auch gleich weg marke ja die erste halb ja die erste halb war sager fels moment falscher schätzt so dass wir wieder gerade ein banner für karma und erfahrung hier vorne hat er schön das sind schon da hingekommen ja genau so schade bei salambour sehe ich aber tatsächlich nicht was war das denn war der stuhl das ist ja vom stuhl gefallen okay wo sehe ich jetzt nicht aber vielleicht ist er auch auf der anderen karte der ist ja glaube ich geflohen besprechen mit salambur bevor ihr die elon flusslande betreten aber dass er drunter ist sind doch nicht der wahl flusslande das ist ja kristall aus dem hause ich glaube auch dass er im casino war hat doch gerade das beschrieben dass sie nur war ja in der stadt ja genau gut dann sehen wir uns da gleich mal wieder aber nun findet glaube ich jeder